Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wochenausblick von DAX Profits. Tja, draußen ist wunderschönes Wetter, schön heiß, die Sonne scheint und man könnte meinen, einigen Anlegern ist das auch zu Kopf gestiegen, wenn man sich die Kursbewegung so anschaut. Und die schauen wir uns doch gleich mal an. Ja, das ist der aktuelle DAX-Stand im DAX Future über die letzten Monate. Sehen wir hier schöne Top-Bildung, Abwärtsbewegung und dann die Kurserholung im Juni, Juli. Was wir jetzt hier aktuell sehen, ist wahrscheinlich die Endphase einer Zwischenrennen. Das könnte hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation oder eine andere Top-Formation werden. Was mir hier noch fehlt, sind negative Divergenzen in diesem Indikator. Verkaufssignale haben wir bereits. Wenn der Index ein neues Hochmacher sollte im 6.800-Bereich, wo ich noch sehr skeptisch bin, ob er überhaupt bis dahin kommt, dann wird der Indikator dieses Hoch höchstwahrscheinlich nicht mehr bestätigen. Dann hätten wir unsere negativen Divergenzen und dann könnte es munter abwärts gehen ab August. Das ist allerdings noch Spekulation und Zukunftsmusik. Diese gedachte Trendlinie hier, Aufwärts-Trendlinie, ist noch intakt. Die muss erstmal brechen. Wir müssen also unter dieses Tief bei 6.320 Punkten, was wir gestern markiert hatten, heute im Kassa-Index nochmal markiert haben. Ja, das bleibt also das entscheidende Niveau. Geht es unter 6.320 im DAX, dann wird die Lawine losgetreten. Schauen wir uns den ganzen im Kassa-Index nochmal an. Und da habe ich einen interessanten Vergleich zum letzten Jahr mitgebracht. Letztes Jahr das Top bei 7.600. Danach ging es in einem relativ zappligen, aber gemächlichen Trendkanal abwärts und im Juni, Juli aufwärts bis knapp unter die Jahreshochs. Allerdings nur, um hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr-Formation oder Fortsetzungs-Formation zu markieren und dann in den Crash im August bis zum Herbst überzugehen. Und jetzt vergleichen Sie das Ganze mal mit diesem Jahr. Anstieg ans Jahreshoch bei 7.200. Dann in einem relativ gemächlichen Trendkanal abwärts. Eine Zwischenrallye im Juni, Juli mit Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal, ähnlich wie hier. Anstieg bis relativ nah unter das Jahreshoch. Hier könnte auch noch ein neues Hoch kommen. Und dann Abverkauf. Relativ steil. Und jetzt möglicherweise die Bildung einer rechten Schulter, ähnlich wie hier im Juli. Anfang August kam es dann zum Crash. Auch das könnte uns dieses Jahr bevorstehen. Vielleicht mit einer halben oder einer ganzen Woche Verspätung. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Auf alle Fälle finde ich es wichtig, dass dieses Kaufsignal wieder zurückgenommen wurde mittlerweile, was uns die ganze Zwischenerholung im Juni, Juli begleitet hat. Ich finde es außerdem wichtig, dass wir in den USA an der Leitbörse wieder massivste Insiderverkäufe sehen, dass wir eine geradezu grenzwertige Euphorien-Stimmungsindikatoren sehen und dass sich an der wirtschaftlichen Situation nichts zum Guten, sondern vieles zum Schlechten gewendet hat. Gleichzeitig sehen wir deutlich enttäuschende Quartalszahlen von der Unternehmensseite. Das alles ist kein Cocktail, aus dem eine stabile Sommerrallye werden kann. Werfen wir gleich mal einen Blick auf den US-Markt. Da sieht die Lage doch etwas klarer aus. Wir sehen hier die Rallye zu Jahresbeginn, dann Austoppen über diese Schulterkopf-Schulterformation. Das ist ein relativ kurzer Einbruch und seitdem im Juni und Juli eine Zwischenerholung. Allerdings sehen Sie schon an diesen 10-Kosmosen und an dieser Keilformation hier, dass der Schwung hier schon lange raus ist und dass dieser Aufwärtstrend kurz davor ist, nach unten wegzukippen. Sie sehen es auch hier an Stundenindikatoren, die bilden bereits negative Divergenzen aus. Das ist ein massives Warnsignal, das hier bei Schluss mit lustig ist. Und wenn dieses Tief hier bei 1330 im S&P 500 Kassa Index gebrochen wird, dann können Sie davon ausgehen, dass wir ein massives Verkaufssignal sehen und eine Abwärtswelle, die mindestens unter 1200 Punkte gehen wird, also mindestens 12-13% Ausmaß haben wird. Wahrscheinlich deutlich mehr, ähnlich wie im letzten Jahr, als wir ein ähnliches Verkaufssignal sahen und dann in Richtung August-Crash gegangen sind. Was mich besonders stutzig macht, ist, dass es während dieser zweimonatigen Erholungsrallye zu einem ganz eigenartigen Phänomen kam. Die Anleger haben sich nämlich nicht auf zyklische Aktien gestürzt, wie das in gesunden Rallys der Fall ist, sondern die haben sich überwiegend auf defensive Aktien gestürzt. Das können Sie hier ganz gut sehen in diesem Chart. S&P 500 ist das hier, das ist unsere Zwischenrallye, um die es jetzt geht. Und wenn diese Linie fällt, dann werden defensive Aktien gegenüber Zücklingern bevorzugt. In jeder gesunden Rallye, sehen Sie hier, ist es andersrum. Da steigt diese Linie an. Hier, Markt steigt, Linie steigt, Markt steigt, Linie steigt, Markt steigt, Linie steigt. Und jedes Mal, wenn das anders ist, Markt steigt, Linie fällt, dann können Sie wie im letzten Jahr davon ausgehen, dass eine deutliche Korrektur oder ein Crash nicht weit ist. Und das sehen Sie hier auch, die Linie fällt. Trotz dieser Rallye im Juni, Juli ist die Linie weitergefallen. Das heißt, die Anleger gehen lieber in defensive Aktien während der Rallye, trauen dem Braten also nicht. Und das heißt, dass dieser Trend, diese Rallye, eine vorübergehende, kurzlebige Erscheinung sein wird, die sich bald nach unten verabschieden wird. Hier hätten wir übrigens ein schönes Rounding-Top. Wo uns noch eine Spitze fehlt. Das muss kein neues Hoch mehr werden. 13,60 haben wir momentan im S&P 500. Das reicht im Prinzip aus. Es können auch noch 13,80 werden. Mit ganz viel Glück auch 1.400 Punkte. Glaube ich allerdings nicht. Ich denke, morgen, spätestens Mitte nächste Woche, ist hier Schluss mit lustig. Und dann geht es richtig munter abwärts. Das sehen Sie aus dieser internen Marktstruktur. Sie brauchen es nochmal hier vergleichen mit dem Sommer 2011, Juni, Juli. Ebenfalls so eine plötzliche, steile Rallye. Allerdings kein neues Hoch in dieser Indikatorlinie, sondern im Gegenteil negative Divergenzen. schon das ganze Jahr über. Ähnlich wie hier. Und dann hat uns der Crash ereilt im Spätsommer und Herbst. Ähnliche Wiederholungen erwarte ich dieses Jahr und beginnend wahrscheinlich Anfang August. Ein wichtiges Indiz dafür ist der Volatilitätsindex. Der ist ja im April und Mai deutlich angestiegen. Logisch, weil die Aktienmärkte korrigiert haben. Im Juni, Juni ist er wieder gefallen. Auch logisch, denn wir haben eine Zwischenerholung gesehen. Eine Zwischenrallye. So, was ist aber jetzt passiert vor wenigen Tagen? Dieser bullische Keil hier wurde nach oben gebrochen. Der Volatilitätsindex ist nach oben ausgebrochen. Und das heißt, hier ist wieder Ungemach im Anmarsch. Das heißt, die Anleger haben sich hier unten zu sicher gefühlt. Zu wenig Angst war am Markt. Jetzt ist die Angst wieder zurück. Wir sehen jetzt aktuell nochmal einen Rücksetzer ans Ausbruchsniveau. Und, naja, heute, morgen, spätestens in den nächsten Tagen, Anfang nächster Woche, wird es hier zu einem neuen Aufwärtsschub in der Volatilität kommen. Was wiederum bedeutet, dass es an den Aktienmärkten rund geht. Und zwar rund eher nach unten als nach oben. Denn Volatilität und Aktienkurse verhalten sich häufig gegenläufig. So, ja, was machen wir damit, mit dieser Erkenntnis? Wir trauen dem Braten hier nicht. Wir kaufen nicht in diesen Anstieg, sondern wir werden gemütlich in den nächsten Tagen einige Schockpositionen mit komfortabel weit entfernten Stopp aufbauen. und mal sehen, wie sich das Ganze bis zum Herbst entwickelt. Sie können natürlich wie immer machen, was Sie wollen. Wir werden das so machen. Und dann werden wir mal schauen, wer besser abschneidet in Richtung Herbst. Ja, mit diesen Worten noch ein kleiner letzter Hinweis. 6200 ist die entscheidende Marke im DAX. Die nicht nach unten gebrochen werden darf aus Bullensicht, denn dann ist diese letzte Aufwärtstrendlinienmöglichkeit nach unten negiert. Und dann hätten wir hier eine ganz veritable Bullenfalle hier oben in dem Bereich gesehen. Und das würde wiederum bedeuten, dass wir in Richtung 5000 Punkte abstürzen. Wie gesagt, 6200, letzte Bullenbastion, erstes Warnsignal bei 6320. Wenn die brechen, wird die 6200 wahrscheinlich auch nicht mehr halten. Das wäre ein prozyklisches Verkaufssignal. Wer antizyklisch reingehen möchte in Richtung Short, der sollte das in den nächsten Tagen tun. Kleine Position, weit entfernte Stops, da kann nicht allzu viel passieren. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, der wartet einen Bruch dieser grünen Aufwärtstrendlinie ab bei 6200 und sieht dann zu, dass er möglichst schnell in seine Shorts reinkommt oder aus seinen Long-Positionen rauskommt. Ja, so, jetzt aber endgültig Feierabend für diesmal. Ich melde mich nächste Woche mit dem nächsten Video wieder und wünsche Ihnen bis dahin ein glückliches Händchen. Lassen Sie sich nicht vom Markt veräppeln. Bis zum nächsten Mal, Ihr Henrik Vogt. , – Ihr Henrik Vogt –